Ja, schönen guten Tag, herzlich willkommen hier bei meiner SIT-Vorstellung. Dafür hat mir einen Experten eingeladen, äh, nicht? Hallöchen, da bin ich wieder, also diesmal ich alleine, ein bisschen fast alleine, weil wir haben ja Sachen zugeschickt direkt, da erzähl ich euch etwas dazu. Dafür hat mir eine Fachkunde Hilfe geholt, ansonsten sitze ich hier immer so dödelig alleine rum. Hallo Marco, da bin ich. Hab gehört, du hast jetzt auch, also hier auf dem Kanal, jetzt hier 500 Abonnenten, über 500 Abonnenten. Ja, natürlich. Da hab ich mich auch extra mal hübsch gemacht für euch. Ja, aber muss ja gleich so ein teurer Zeug sein. Ja, klar, jetzt kennst du mich. Ja, okay. Wir haben hier einen Zwischigstück gekriegt von der von der Fantasie. Ähm, diese lustige Steamboot von Popeye. Treasure Hunt Steam Ship, ne? Da wollen wir ja schon korrekt bleiben. Äh, also, die komische Dings, Bausteine, Dings. Ich hab die gebaut. Ich find sie super. Das sind alle Gobrix, ist viel Druck drauf, ne? Äh, sind ein paar Sticker dabei, also hier hinten zum Beispiel diese Tonne hier oder der Schornstein. Die Olivia, die du übrigens falsch, äh, beziehungsweise schief aufgeklebt hast. Ach, das ist schief aufgeklebt. Ich hab nicht schief aufgeklebt, der Turm ist schief. Ne, 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 ne. Die Olivia hier, die ist schief. Ja, nein, der Turm ist nach hinten. Hier, guck mal, jetzt ist der Turm gerade, jetzt ist der Turm schief. Sag mal, hab ich die Expertenbrille oder du? Äh, ich weiß überhaupt nicht, was du meinen, ja. Also, die Bauteil, die Bauleitung war richtig gut. Müsst du die rausholen, soll ich die rausholen? Oder ist formulieren, das ist das. Bauleitung ist auf jeden Fall, wie ich manchmal so sage, behindertengerecht. Also, so wie bei Lego, hast du zwei Teile auf der Seite oder irgendwie so, zwei Hefte sind das. Also, wenn dein bestes Schulfach klatschen und hüpfen war, kriegst du das zu sagen. Ja, aber auf jeden Fall, ja. Ja, da ist es schwieriger hier, Sachen als das. Also, ist auch wirklich gut verständlich. Ich hatte keine Sachen, wo ich sagen würde, da habe ich Schwierigkeiten gehabt. Ähm. Ja, ansonsten ist es schön. Hier sind noch, haben mich sehr freut, da sind lauter versteckte Sachen drin. Also, mein Ding ist insgesamt sehr detailliert. Kannst du nicht sagen, sind Silber teilweise verjollet oder so. Ich weiß nicht, was das ist. Also, das ist nicht Flat Silber, sondern die sind schon, wenn es so Gold platziert oder so. Also, gültig, farbend, aussehend. Keine Ahnung. Also, es ist schon schön gemacht. So, denn, ähm. Was mich hier sehr befreut hat, war, diese versteckten, gibt es eine versteckte Schublade. Kannst du den hier so rausnehmen. Und da hast du dann von Popeye, ich räume den mal noch ab hier, mal später. Also, von Popeye hier so eine Zusatzeinlage. Eben ist das so ein Schatzjäger-Equipment. Man ist ja auch ein Treasure Hunt-Steamship, ne? Nein, das ist ein Dampfboot, ja. Also, das ist ein Walfänger. Guck doch, da ist eine Walfänger-Kanone dran. Ja, aber die suchen noch einen Schatz. Hast du früher Popeye geguckt? Ja, das war aber ein Schwarz-Weiß. Da hatten wir nichts. Da konnte ich nicht erkennen, dass die mit Jolte hantiert haben. Also, die haben auf jeden Fall hier so ein schöner Bohrer, den man abnehmen kann. Und dann kann man hinten kurbeln und dann dreht sich da was. Und eine Schatzkiste. Und dann ist hier noch so ein Gym, also so eine Handelbank. Also, wir Profis sagen ja Gym, ne? Ja, okay. Ja, es ist auf jeden Fall mit bei. Das kann man dann hier drin verstecken. Und zuerst hat gedacht, Mensch, guck mal, die Einfach. Das ist ja lustig. Dann hat ich mich ja ärgert, als es dann voll wurde. Dann war es keine Einfach mehr. Aber man kann die Zweck mal natürlich wegschmeißen und kann dann da seine Münzen reinstapeln. Da kommt keine Einbrecher drauf. Hoffe ich. So, wo meinst du? Ich habe keine Goldmünzen, deswegen schätze ich diese Frage für mich noch nicht gestellt. Du hast keine Goldmünzen, du hast keine Goldmünzen. Also. Wattest du denn bei dir Silber oder? Nee, ich habe halt meine Brille gesteckt. Wollt ihr deine Brille gesteckt? Ich habe zwei Stunden zusammengebaut, oder? Mhm. Ja, ich habe zwei Stunden zusammengebaut. Naja. Naja, einmal mit Profis, ne, Herr Unger? Einmal mit Profis. Einmal ohne Idioten, reicht mir schon. So, jetzt geht es auf jeden Fall wieder zu. Kannst du den zuregeln. Ist schön. Ja, gibt es dazu sonst noch zu sagen? Also man kann ja zum Beispiel, soweit ich mich ja meinen beinahe, hier hinten noch irgendwelche Zahnräder drehen, ne? Achso, man kann hier Zahnräder drehen. Dann wackeln hier hinten die Schraube unten dreht sich und hier oben die Auspüße oder Orgelpfeifen. Auspüße. Auspüße. Drehen machen, hantieren, hier unten ist ein Kohlekessel drinnen noch und versteckt. Da ist Insta und die sagt, super. Ja, also ich bin absolut begeistert. Ganz ziemlich falsch. Also die machen nicht, die machen eigentlich nichts falsch. Das ist schon so eine sehr hohe Liebe. Ja, ich sag mal schon, so eine Kleinigkeit, die hast du gerade in der Hand. Die bremst sie etwas aus. Das sieht bremst sie natürlich etwas aus, ansonsten würde ich für Dizubayran hier verkaufen, aber hier gibt es halt böse, böse Minifiguren. Die sind nicht ganz hundertprozentig identisch, weil die können hier die Arme noch rechts und links machen und die Hüfte drehen, aber dann sind sie halt trotzdem... Die sind noch nicht so technisch durchdacht wie die beiden neuen Modelle, die jetzt auf den Markt ploppen werden, richtig? Welche neuen Modelle? Na, von Blu-Brix und Steine macht es. Also sie sind, ja, sind in der Entwicklung, wir gucken, ob da was passiert oder nicht passiert. Wie gerne neue Worte lernt habe, diese Figuren sind klagesicher. Über diese Brücke würde ich nicht gehen, klagesicher ist wahrscheinlich, kommt immer drauf an, wie klagewillig der Andere ist. Ja, wie finanziell... Egal. Hier übst du uns ein tolles Spielfeature, das wusste ich aber auch nicht. Man kann den Dings hier, den Brutus erst sagen. Brutus, ja. Du kannst hier runterklicken, an dem du den Knopf drückst und dann fällt er ab. Aber, ich glaube hier ist auch so eine böse, böse, einmal 3x5x3x4 Minifigurenplate von Lego drin. Die ist also auch exklusiv. Die ist, ja, kann man so sagen, die ist exklusiv. Oder zumindest mein Stand war die exklusiv. Und Olivia gibt es hier auch noch. Die ist, glaube ich, sehr Friends-lastig. Aber da hast du mir erzählt, das ist nicht ganz so schlimm, ne? Ich glaube, Friends haben sie selber erklärt, bei Polypocket, habe ich gelernt oder gehört. Hat gehört. Das ist natürlich ein halbes bisschen. Weil Polypocket-Figuren sehen genauso aus. Und ich glaube, da ist auch keine eingetragenen Designschutzmuster. Aber die sind ja auch nicht so beliebt. Boah, ich finde die nicht so schlimm. Ja, du hast auch eine kleine Tochter, die ist wie alt? Nein, 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 darf mal ablesen. Ich finde, dass diese Friends-Figuren mehr wie Figuren oder Menschen aussehen, als diese ... Roboter? Ja, diese viereckigen. Die Lego-Minifigur ist an sich auch keine schöne Figur. Die ist einfach bekannt. Genau, die finden sie einfach toll, weil wir sie lange kennen. Dann gibt es hier noch so ein Baby. Die ist auch pfui, wie soll die gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange noch, aber zumindest ist die nicht gut. Das ist wirklich traurig. Und dann gibt es halt zum Abschluss noch so eine Katze. Ich glaube mal, das ist so ein magisches Tier, was irgendwie zaubern kann. Ja, ich denke, ja, halt irgendwo dieser Popeye-Kosmos. Das wäre ein Beet aus dem Osten. Der Popeye-Kosmos gab es da ja nicht so viel. Wenn es jetzt Hase und Wolf wäre, dann wüsst du mal besser. Ein Lupagardy, ne? Genau. Oder, wie hießen die anderen? Lolek und Polek? Lolek und Polek. Da passen wir auch ganz gut, wa? Aber ich bin der Hübschere, ne? Von beiden. Der mit der Glatze? Hunger. Ich bin der erste Gauhaarige. Gut. Ja, wie gesagt. Also, ich kann für das Z eine uneingeschränkte Kaufempfehlung geben. Ja. Wie gesagt, ihr kennt es ja, ne? Kannst halt nicht. Oder nicht, ohne dass ich denn die wichtigen Spielelemente der Figuren entferne. Insofern müsst ihr weiter bei Amazon oder sonst wo gucken, bis wir dafür eine Lösung haben. Den Link, der ist dann unten in der Videobeschreibung, ne? Genau, genau. Du hast das auch ein Stück deiner Seele verkauft, ja? Natürlich auch ein Stück deiner Seele verkauft. Harry Potter-Fans würden ja sagen, Hochruxe, ne? Mit jedem... Kennst du Hochruxe? Ich hab keine Ahnung. Kennst du dich nicht mit Harry Potter aus? Nee. Harry Potter ist... Das gibt es jetzt für mich 10 Punkte für Hufflepuff, ja? Von mir aus gibt es jetzt für mich 10 Punkte, weil ich hab da von den 8 Folgen, von den 8 Filmen keinen gesehen. 7. Ach nee, 8. 7 Bücher, aber... Das ist... Das ist... Das ist... 7.1 und 7.2, ne? Hör mal, wir Fans gucken die in einem Stück durch. Ach so. 1 bis 7. So ist der Teil mit Herr der Ringe. Ja, ja. Ja, gut, okay. Bis nächstes Mal, wir haben... Bis zum nächsten Mal, dann stellen wir euch noch ein Fantasy-Set vor, ne? Noch ein Fantasy-Set, ja. Ich wurde quasi nötigt, ernst viel. Also von allen möglichen Leuten gleichzeitig. Grüße in Rügens raus an die... Wer die heißt? Adrie und... Nee, ich hatte Betty letztens, aber das war eine andere Firma, wirklich wieder, äh... Wirklich wieder auf die Knie gegangen bin. Naja, gut. Also die Firmen, die schicken ja jedem... Also die im Dödel schicken ja Sachen zu. Ey, 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 nicht jedem Dödel. Das heißt ja jetzt jeder, der zuschickt bekommen hat, ist ein Dödel. Das ist schon was Besonderes. Also in meinen E-Mails steht immer, dass ich der geilste Typ auf der Welt bin. Haben sie mir auch gehabt. Zuerst habe ich es versucht abzulehren. Nein, ich bin geiler. Aber ich habe gesagt, nee, das geht eigentlich nicht, weil wir sind ja ein Laden und das macht ja keinen Sinn. Und also wir haben ja mit euch geschäftlich so zu tun, aber scheinbar interessierte die alle nicht und dann habe ich mich irgendwann breitschlagen lassen und mir die Zeug einfach schicken lassen. Breitschlagen lassen? Ja. Und dann habe ich das gebaut. Übrigens, das Bauzelt war... Wie lange? Sechs Stunden oder so? Ja, war ich dabei. Also ich sag mal, waren eine Menge Tüten sind übrig geblieben. Eine Menge Pantasietüten. Also wirklich viele. Also die Schachtel, die ist ja noch relativ schwer. Und da sind die Anleitungsheftchen drinne. Und die Menge Pantasietüten... Achso, ein paar Satzteile waren auch noch bei. Auch so wie bei anderen Firmen, die Ersatzteile mitgeben. War immer die gängigen Einerteile. Einmal eins Teile. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich habe ja, meins ist schon weg, meine Gott. Ja, war alles im Bonus hin, sozusagen. Und einen wertvollen Teil der Trainer, wie ich gehört habe, ist... So nennt man das auch bei Wesen. In Rosa. In Rosa. Gut. Das sollt aber meistens bei Wesen sein. Wir machen denn jetzt gleich das nächste. Ja, aber wir werden ein bisschen was verändern hier. Mal sehen, ob wir das bleibt. Genau. Das machen wir dezente Änderungen. Aber ansonsten, was sagen die Zuschauer denn? Achso, ja, liken, kommentieren, abonnieren. Und ein Video runterpöbeln. Ja, und den Newsletter abonnieren. Und bis dahin machen wir jetzt das nächste Video. Bis gleich. Tschö.